hallo und herzlich willkommen ich bin noch ein mr venom1974 und das ist minimal muss ich leider mit traps mal aufnehmen weil das irgendwie nicht ob es erkannt wird ich weiß nicht was die da immer manchmal mit den grafikmodi machen wie gesagt das ist minimal kam am 16 12 raus kostet derzeit 3,99 ist aber glaube ich auch irgendwie ein rabatt und ist ein puzzle game gespannt dass ich euch mal ein bisschen was vom anfang zeigen kann dann wisst ihr so ungefähr was das ist so ihr seht einfach was ich erstmal nicht gerafft habe da dachte ich mir so kommen dann färbst du einfach ein ihr müsst einfach nur auf das bild hier gucken und das einfach machen was er will das war schon falsch stop stop das war so dann wollen wir mal das wäre zu einfach ne doch geht doch wird ja mein so jetzt haben wir ein branch jetzt bin ich mal gespannt weil da wie ihr seht war ich noch nicht mal gucken was wir jetzt machen was genau andersrum ne so um den zu kriegen ja doch so relativ einfach so das ist doch das gleiche sozusagen andersrum nur verdoppelt ne halt ach da kann ich nichts machen ne hehehehe ok ja ok jetzt haben wir 25.000 branches ich bin mal gespannt wie das so geht so äh moment da kann ich ja oben gar nichts machen moment 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 jetzt doof also ja genau andersrum ja genau andersrum so also ich kann den nur den kann ich hier nur einfärben über den dann gilt das für den auch so ja das geht doch sogar was macht ihr hier schon quatsch also der färbt den ein der färbt den ein der färbt den ein ja ich bin ein puzzle gott habe ich das schon erwähnt so das ist gut den weg im prinzip muss ich doch eigentlich nur das wiederholen was ich auf der anderen seite gemacht habe so das war noch gut moment da war er doch stop moment Moment, machen wir den mal eben. Ja, das geht ja relativ schnell, das ist okay. Ja, das sind alles Sachen, die sind relativ einfach. So. Sechs Schritte habe ich dafür. Oder sechs Schritte ist ideal, sagen wir so. Hm. Hm, 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 hm. Was hat denn der Wecker? Er merkt schon, dass es nicht unbedingt meine Welt ist. Da waren wir schon. Warte mal, gucken wir uns mal die Siebener-Sachen an. Warte mal, so. Gut, das war relativ einfach. Und ich habe mir schief mit so übergekriegt. Hm. 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 Einfärbt, das kann ja nur hier sein. Ja, die Achter sind bestimmt total einfach für mich, dann blicke ich wahrscheinlich total durch. Äh, ja, ne, läuft. Hm. Verstehe ich nicht. Kann ja gar nichts machen. Ja, ja, aber da kannst du auch nichts. Doch, das geht. Das heißt, dann haben wir hier alles frei. Das ist auf der Seite richtig. Wow. Ähm, tja. Wärte mal genau was rum, ne? Ha! Yes! Gerafft! Ach du Scheiße, ey! Na gut, die gucken und... Ach du meine Güte! Brauche ich eigentlich gar nicht ausprobieren. Kriege ich sowieso nichts hin. Das ist, äh, nie im Leben. Warte mal. Ich muss den hier färben und den muss ich färben. Und den... Ja, das geht natürlich auch nicht. Ah, wisst du was? Bevor ich hier vollkommen verzweifle. Ich bin, glaube ich, weitergekommen, als ich es jemals erwartet habe. Äh, Minimal ist ein Puzzle-Game. Guckt's euch einfach mal an und für die Leute, für das ist, können da zugreifen. Ist, glaube ich, nicht ganz meins. Nichts gegen Puzzler, aber... Da, glaube ich, äh... Ne. Hat viel zu machen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss!